Liebe Freunde, hier ist Samu Rösch. Ich wünsche euch als CvdM alles, alles Gute zu 176 Jahre bestehen. Ich hoffe, ihr feiert es gerade ein bisschen und habt eine gute Zeit. Ich habe euch einen Song mitgebracht von mir, der das gemeinsame Unterwegssein beschreibt. Viel Spaß mit mir. Wir sind auf der Suche, sind auf dem Weg. Ich glaube, dass wir dann wachsen, wenn wir durch die Zähler gehen. Spüren den Wind und wenn die Sonne scheint. Ich glaube, dass unser Leben leuchtet, wenn ein Ziel sich zeigt. Wir stehen mittendrin, fragen uns wohin, ey, uns wohin. Wir stehen mittendrin, fragen nach dem Sinn. Ich weiß, dass wir das Größte können, weil ich an uns glaub. Klar, klar, ich weiß, dass wir zusammenstehen, weil ich an uns glaub. Klar, klar, ein Wort kann zaubern, die Heilung sein. Ich glaub, dass wir es gemeinsam schaffen, wir sind nicht allein. Unsere Freundschaft findet immer Zeit, wir stoßen an auf dich und mich und unsere Ewigkeit. Wir stehen mittendrin, fragen uns wohin, ey, uns wohin. Wir stehen mittendrin, fragen nach dem Sinn. Ich weiß, dass wir das Größte können, weil ich an uns glaub. Glaub, glaub, ich weiß, dass wir zusammenstehen, weil ich an uns glaub. Glaub, glaub, ich weiß, dass wir das Größte können, weil ich an uns glaub. Glaub, glaub, wenn es leise wird und man Zweifel spürt, stehen wir vereint, bis sich Hoffnung zeigt. Wir stehen mittendrin, fragen uns wohin, ey, uns wohin. Wir stehen mittendrin, fragen nach dem Sinn. Ich weiß, dass wir das Größte können, weil ich an uns glaub. Ich weiß, dass wir zusammenstehen, weil ich an uns glaub. Glaub, glaub, ich weiß, dass wir das Größte können, weil ich an uns glaub. Glaub, 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 ich weiß, dass wir zusammenstehen, weil ich an uns glaub. Alles Gute euch, bis bald, ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020